Jetzt neu von Adele entdecken. Die Wings Press On in zwei Styles. Der natürliche Style Natural schenkt dem Augenaufschlag Dichte und akzentuiert. Der voluminöse Style Volume schenkt zusätzliche Länge und betont die Augen etwas intensiver. Das Besondere an diesem Produkt sind die selbstklebenden Cluster, die von unten an die eigenen Wimpern eingebracht werden können. Dadurch wirken die Wimpern so natürlich wie eigene und das Wimpernband ist nicht sichtbar. Für die Anwendung in den beiden Kits ist ein entsprechender Applikator inklusive. Die Anwendung ist super easy und besonders für Anfänger geeignet. Mit dem Blick leicht nach unten gesenkt wird das Wimperncluster in der gewünschten Länge einfach nur von unten an die natürlichen Wimpern angedrückt. Das selbstklebende Wimpernband haftet sofort an den natürlichen Wimpern. Intensität und Volumen können so selbstbestimmt werden. Abschließend die Wimpern sanft zusammendrücken für einen sicheren Halt. Wir fassen zusammen. Die Wings Press On Fanadelle sind selbstklebende Wimperncluster, für deren Anbringung kein zusätzlicher Wimpernkleber notwendig ist. Die Wimpern gibt es bei ihnen in der Filiale in den Styles Volume und Natural. Beide Styles sind einfach in einer 1 Step Anwendung anzubringen und dadurch auch optimal für Anfänger oder wenn es einmal schnell gehen muss. Die 1 Step Anbringung kann als Underlash Application ausgeführt werden. Das heißt die Wings Press On sind dafür gedacht, unterhalb der natürlichen Wimpern geklebt zu werden. So ist das Wimpernband nicht sichtbar und der Look noch natürlicher. Die Kits sind für 4 vollständige Anwendungen ausgelegt und wie alle Adele Lashes sind auch die Wings Press On wiederverwendbar mit einem herkömmlichen Wimpernkleber. Bis zu 24 Stunden Halt garantieren eine Tragedauer für den ganzen Tag.